Seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal etwas richtig Gutes zu tun, ist immer eine gute Idee. Noch besser allerdings ist es, wenn Unternehmer selbst davon profitieren. Zum Beispiel mit einer betrieblichen Altersversorgung, aber eine ohne teure Versicherungen. Mit der pauschaldotierten Unterstützungskasse geht das ganz einfach. Und zwar so. Arbeitnehmer verzichten für die betriebliche Altersversorgung auf einen Teil ihres Lohnes oder Gehalts. Das nennt sich Entgeltumwandlung. Zum Beispiel in Höhe von 80 Euro brutto. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat also netto 40 bis 45 Euro weniger auf dem Bankkonto. Der Arbeitgeber gleicht diese Netto-Lohneinbuße vorab durch einen steuer- und sozialversicherungsfreien Vergütungsbaustein aus. Zum Beispiel mit Essenszuschüssen, einer Internetpauschale oder einem Guthaben auf einer Shoppingcard mit 44 Euro. So bleibt das zur Verfügung stehende Einkommen für die Arbeitnehmer unverändert. Aber zusätzlich haben Sie jetzt noch eine attraktive betriebliche Altersversorgung. Kostenlos. Betriebliche Altersvorsorge zum Nulltarif. Und wie rechnet sich dies für Sie als Arbeitgeber? Die Shoppingcard kostet Sie zunächst 44 Euro. Allerdings sparen Sie durch die Entgeltumwandlung 16 Euro an Sozialversicherungen ein. Somit haben Sie einen steuerlich voll absetzbaren Mehraufwand von nur 28 Euro. 28 Euro, die sich rentieren. Demgegenüber steht ein vermiedener Liquiditätsabfluss von 80 Euro Gehalt plus 16 Euro Sozialversicherung. Zusammen 96 Euro. Unter dem Strich haben Sie, im Gegensatz zu einer versicherungsförmigen BAV, also mehr Liquidität von 52 Euro gegenüber der bisherigen Gehaltszahlung. Und das Monat für Monat. Für jeden einzelnen Mitarbeiter. Bei zum Beispiel 50 Mitarbeitern ergibt das im Jahr 31.200 Euro, die sich gewinnbringend im Unternehmen investieren lassen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ebenfalls glücklich und zufrieden bei jährlich 960 Euro plus Zinsen für die Altersvorsorge als Geschenk. Mehr Effektivität geht für 28 Euro kaum noch. Wenn Sie wissen wollen, wie die betriebliche Altersvorsorge unter Einsatz steuer- und sozialversicherungsfreier Vergütungsbausteine im Detail funktionieren kann, dann sprechen Sie uns an. Stichwort BAV zum Nulltarif.